Die Salvo-Lenkung funktioniert gut, die Spur stimmt nicht ganz. Die Instrumente wurden einige erneuert, automatisch schaltet, bremst gut, neue Spurstangen drin und eine Umlenkung, aber noch nichts eingestellt. Der Fahrer funktioniert, die Automatik schaltet butterweich, hängt wirklich gut am Gas, hat einen sehr niedrigen Leerlauf, nimmt aber das Gas sehr gut an. Sogar der Blinker funktioniert. 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 Sogar der Blinker funktioniert.